Die Nase geworfen. Die vergangenen Saison war echt... Die vergangenen Saison war ein Schritt in die richtige Rechnung. Rechnung. Rechnung ist etwas anders. Wenn er leise lacht, wenn ich rede, ist es dir egal, oder? Die vergangenen Saison war ein Schritt in die richtige Rechnung. Warum sagte ich ihm Rechnung? Nutzt unbedingt den Markt. Warum? Die vergangenen Saison war ein Schritt in die richtige Rechnung. Ist das die wirkliche? Die vergangenen Saison war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, was passiert. Mittwoch warst du mittendrin im Geburt. Anfang der Woche. Jetzt fang ich mir ganz kurz, um zu lachen. Guck, bitte anders. Ja. Weißt du, was er macht? Mit den Lippen möchte ich so. Ja. Ja. Was für ein geiles Spiel, Mann. Ich habe gerne noch ein Dankeschön. Jetzt kommen wir zu jemandem, der vor noch allzu langer Zeit Fußball gespielt hat. Nicht bei uns, woanders. Vor nicht allzu langer Zeit. Vor nicht allzu langer Zeit. Du hast vor langer Zeit gesagt. Okay. Dann mache ich das, glaube ich, nochmal neu, ne? Ne, lass das doch. Das ist doch gut so. Nö. Bußfahrer. Puff. Was ist das erste Wort gewesen? Puff. Was glaubst du, wie dein FIFA-Rating diese Saison aussieht? 100. Ciao, ciao. Wir sehen uns in der Rückrunde. Ciao.